Damals war eine merkwürdige Zeit, etwas Neues, der damaligen Stille so uneinig ist, brach sich warm, etwas Höchsthandelbares, das sich überall, sogar in unserem Dorf, in jedem Einzelnen von uns fühlbar macht. Verschiedenste Gerüche dringen, Tatsachen gab es kaum, wenig, wenig konkretes, aber es war von sich, dass sie lebenden Faschen, die sie sechaltenden Ideen, die Ideen in übermäßigen Mängeln, und genau das brachte Verwirrung hervor, es war ganz unmöglich, sich danach zu richten, und genau in Erfahrung erledigen zu können, was diese Ideen denn eigentlich nicht zu bedeuten. ... ... ...